Hochzeit auf ersten Blick Nicole das Babygeschlecht Dürfen sich Nicole und René auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen? Obwohl die beiden an verschiedenen Hochzeit auf den ersten Blickstaffeln teilgenommen hatten, fanden sie nach ihren gescheiterten TV-Ehen zueinander. Inzwischen dürfen sie sich sogar schon auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen. Die Geburt ihres Babys steht kurz bevor. Jetzt verrät Nicole und René ihren Followern sogar das Geschlecht. In einem Instagram-Beitrag verkündete die Blondine, es ist ein Mädchen. Wir dürfen ganz bald unser kleines Püppchen in unserer Familie willkommen heißen. Ihr Partner scheint sich anfangs etwas anderes erhofft zu haben. Natürlich musste sich René erst mal damit abfinden. Keinen Stammeshalter zu bekommen, doch nun ist er voll im Teamgirl angekommen, schrieb Nicole. Jetzt scheint René sogar total aufzublühen. Wie Nicole ausplauderte, muss sie den werdenden Vater in den Läden regelrecht zurückhalten. Damit er nicht sämtliche Sachen für sein Mädchen kauft. Ich sehe es schon kommen. Dass ich die blöde Mami bin, die zu allem Nein sagen muss, nur weil Papi seiner Prinzessin keinen Wunsch abschlagen kann, merkte Nicole an. Vielleicht ja auch vielen Leute wirkt. Sie bringen nach dem Ferragmine abonni priominور. Dann können Sie sich mein Leben hinbeğlu abonni, Werf für gut gemacht wird. Ich måste es wo auch nicht meine Debungen. Bis zum nächsten Mal.